Größter Betrug in der Zweiten Republik Österreich. Der größte Betrug in Österreich wurde zum Teil in Städteldorf verübt. Der größte Betrug aller Zeiten in Österreich wurde Städteldorf und in der Steuermarkt verübt. Da wurden 56 Millionen plus 50 Millionen eingelöst. Wer hat das eingelöst? Ein Mann, der was Bürgermeister war, der was viel Geld versenkt hat in der Steuermarkt, der hat das eingelöst. Warum hat er das eingelöst? An erkehrt zur Räuberbande, der größten Räuberbande in Österreich. Es wurde eingelöst 56 Millionen plus 50 Millionen plus 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 plus. Ja, so wird es gemacht. Die Räuberbande kontrollieren das ganze Lotto-Geschäft und Euro-Millionen-Geschäft. Sie sind überall drinnen und haben ihre Hände drinnen. Und was machen die? Vielen, viel Geld, was ihnen nicht gehört. Und überall in dieser Zweiten Republik kannst du sicher sein, wenn du irgendwo hingehst und nachschauen willst. Und du hast zu Hause noch nicht nachgesehen? Ha, ha, ha! Dann hast du es nachgesehen. Jawohl! In dieser Republik sind so viele Gauner da. Du weißt es, überall kann ein Gauner sein, auch ja. Und es gibt so viele, ja, in dieser Republik. Ja, jeder kann ein Gauner sein. Und so viele Leute sind Gauner, wirklich, ja. Man braucht nur schauen durch die Gegend, ja. Und man sieht, wo das Geld ist, wirklich, da. Das ist die erste Geschichte. Die zweite folgt später. Immerhin hören, das ist die erste Geschichte. Die erste. Untertitelung des ZDF, 2020